Hi, Angel hier für tabletblog.de. Heute mit einem Unboxing von dem brandneuen Samsung Galaxy Tab S6 Lite und zwar der neuen 2022er Generation. Gut, dann starten wir doch mit dem Unboxing der 2022 Edition des Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Das ist mittlerweile in Deutschland verfügbar und die WLAN-Vision, das ist die, die ich habe, die kostet 379 Euro. Und wenn ihr das Tablet mit LTE haben möchtet, werden 429 Euro fällig. Ich hatte auch schon die 2020 Edition, natürlich die Videos dazu findet ihr hier auf dem Kanal. Dann haben wir in der Verpackung erstmal das Tablet selber natürlich und das sieht auf den ersten Blick und ich denke, das wird nicht nur auf dem ersten Blick so sein, sondern es sieht einfach genauso wie der Vorgänger aus. Ich kann überhaupt keinen Unterschied feststellen. Dann haben wir ein klassisches USB-C-Kabel sowie ein Netzteil. Dann haben wir so ein Karten-Eject-Tool. Bei dieser Version ist es einfach, um eine MicroSD-Karte einzulegen und bei der LTE-Version natürlich auch, um eine SIM einzulegen. Dann haben wir noch die Garantiebescheinigung und ganz wichtig, den S-Pen Stylus. Der ist genauso wie beim Vorgänger und wie bei Samsung eigentlich üblich inklusive. Also für den Stift müsst ihr nichts extra bezahlen. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, vor allem, wenn ihr das S6 Lite mit Tablets von Microsoft, Apple und Lenovo vergleicht, wo man nicht immer, aber sehr häufig den Stift separat für rund 100 Euro dazu kaufen muss. Ja, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits mehrere Stunden vergangen und ich habe bereits Benchmarks installiert, mir das Tablet ein bisschen genauer angeschaut. Es ist bereits ein wenig mit dem Vorgänger verglichen, den ihr da seht, denn das S6 Lite von 2020, das habe ich noch seit meinem Original-Test. Ich balle die Tablets meistens immer so für ein Jahr. Beim S6 Lite habe ich es ein bisschen länger behalten, denn die Tablets von Samsung sind immer ganz gut für Vergleiche, da die ja so beliebt sind. Und hier hätte es sich das gelohnt, dass ich es so lange behalten habe. Gut, wir haben hier erstmal ein 10,4 Zoll großes Display, dann schwarze Displayrahmen, genauso wie beim Vorgänger. Hier oben haben wir eine 5 Megapixel Webcam. Auf der Rückseite haben wir dann ein Metallgehäuse. Das Tablet hier besteht komplett aus Metall. Es fühlt sich relativ hochwertig verarbeitet an und vor allem die Übergänge vom Display zum Metallgehäuse sind etwas hochwertiger als bei der Galaxy Tab A Serie, wie dem Galaxy Tab A7 oder Galaxy Tab A8. Also wir haben hier ein bisschen höherwertiges Mittelklasse-Tablet. Auf der Rückseite haben wir dann eine 8 Megapixel Kamera, kein LED-Tables oder so und auch keine zweite Weitwinkelkamera. Wie gesagt, alles Metall. Wir sehen hier so ein bisschen Einlass für die Antennen, aber sonst haben wir überhaupt kein Kunststoff, auch keine Kunststoffabdeckung. Hier oben haben wir dann einen Lautsprecher sowie einen 3,5 Millimeter Kopfhöreranschluss. Den gibt es auch noch, der ist ziemlich selten bei Tablets, die so ein bisschen mehr kosten. Bei günstigen Tablets ist das noch ganz normal, dass wir so einen haben, aber bei ein bisschen teureren selten. Dann haben wir hier einen USB-C 2.0 Port, den zweiten Lautsprecher. Insgesamt haben wir also zwei Lautsprecher hier. An dieser Seite haben wir nichts. Hier haben wir dann den Power-Button und die Lautstärkewippe und hier dann den Micro SD-Karten-Slot. Dort kommt dann auch die SIM-Karte rein, wenn ihr euch die LTE-Version holt. Das Tablet ist 7 Millimeter dünn und wiegt 467 Gramm und das sind ja ganz ordentliche, gute Abmaße. Und dann hole ich doch mal den Vorgänger daneben und da werdet ihr schon sehen, dass die beiden Tablets wirklich nahezu identisch sind. Beziehungsweise sie sehen einfach identisch aus. Das Design hat Samsung überhaupt nicht verändert. Alles schaut so aus wie vorher, schaut wirklich identisch aus. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied, nämlich habe ich bei dem S6 Lite von 2020 noch eine Displayfolie da drauf, also so eine Schutzfolie. Dadurch glänzt das vielleicht so ein bisschen mehr, aber sonst ist das Design wirklich identisch. Ich kann überhaupt keinen Unterschied feststellen. Identisch sind auch die Displays. Wir bekommen bei beiden ein 10,4 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixel. Es ist also ganz knapp über Full-HD. Letztendlich ist es eine Full-HD-Auflösung nur ganz knapp darüber. Ich finde Full-HD immer ausreichend auf 10 Zoll. Texte und Icons und so weiter sehen zwar nicht so scharf aus wie bei hörauflösenden Displays wie beim Galaxy Tab S7 oder Galaxy Tab S8, aber ich finde, alles sieht auf jeden Fall scharf genug aus. Das Display ist 400 Nits hell, Blickwinkel sind solide, Farben schauen gut aus und insgesamt ist es ein bisschen besseres Display als beim Galaxy Tab A8, aber eben auf keinen Fall so gut wie beim Galaxy Tab S7 oder Galaxy Tab S8. Es ist auch ein normales 60 Hertz Display. Wir bekommen hier keine 120 Hertz. Ich zeige euch nochmal kurz hier eine Webseite. Wir behalten Chrome als Standardbrowser und da seht ihr, es schaut alles scharf genug aus. Das Display ist vollständig laminiert. Das ist wichtig zu wissen im Vergleich zum Apple iPad 9, das ja kein laminiertes Display hat. Dafür ist das iPad 9 allerdings ein klein wenig heller. Das Tablet hier hat ein Wideband Level von L1 und das bedeutet, dass ihr Netflix und Co. mit HD-Auflösung schauen könnt. Das ist nicht bei allen Tablets unbedingt der Fall, aber bei Samsung in der Regel schon und beim S6 Lite hier seht ihr ja. Dann kommen wir doch zum S-Pen Stylus. Der ist wie gesagt inklusive, ihr müsst ihn also nicht separat kaufen. Und auch hier habe ich wieder den Stift vom Vorgänger daneben und es ist genau der gleiche Stift. Es gibt keine Unterschiede. Die S-Pens von Samsung sind sowieso alle untereinander austauschbar. Das heißt, ihr könntet auf dem S6 Lite hier von 2022 nicht nur den Vorgängerstift benutzen, sondern auch den S-Pen vom Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S8, vom S8 Ultra und so weiter und so weiter. Die S-Pens sind alle untereinander austauschbar. Einen Unterschied gibt es hier im Vergleich zum Galaxy Tab S7 und S8, nämlich in dem S-Pen hier gibt es keinen Akku. Beim S7 und S8 könnt ihr so kabellose Bluetooth-Gesten benutzen. Zum Beispiel könnt ihr damit in einer PowerPoint-Präsentation den S-Pen als Fernbedienung benutzen oder als Fernungslöser in der Kamera-App. Das funktioniert bei dem S6 Lite jetzt nicht, da wir eben in diesem Stift kein Akku haben. Das bedeutet aber auch, dass ihr den S-Pen niemals aufladen müsst, denn er hat ja gar keinen Akku. Er funktioniert aber trotzdem. Die Technologie ist einfach eine andere als beim Apple Pencil oder Microsoft Surface Pen, die ja Strom benötigen. Wir bekommen hier die gleiche S-Pen-Software wie bei den anderen Geräten von Samsung. Dazu gehören einmal die S-Pen-Befehle, mit denen ihr Screenshots erstellen und beschriften oder einfach ganz schnell eine neue Notiz erstellen könnt, egal in welcher App ihr euch gerade befindet. Dann haben wir natürlich die Samsung Notes App, mit der man ebenfalls wunderbare Notizen erstellen kann, ein bisschen zeichnen kann oder aber auch PDFs beschriften kann. Neu bei der 2022 Edition ist das S-Pen zu Textfeature, das Samsung mit dem Galaxy Tab S8 eingeführt hat. Damit könnt ihr in den meisten normalen Textfeldern handschriftlich schreiben, ähnlich wie das Christian Feature von Apple. Ganz so gut wie bei Apple funktioniert es allerdings nicht, kommt aber relativ nah dran. Dann kommen wir doch zur internen Hardware. Im Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 720G Prozessor. Beim Vorgänger bekamen wir einen Exynos-Chip. Dazu gibt es hier 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Ab Werk sind davon 45,3 GB noch verfügbar. Und wie gesagt, optional gibt es auch LTE. Ziemlich interessant ist hier mein Geekbench 5 Benchmark-Vergleich, den ich bereits laufen lassen habe. Und da seht ihr, dass die CPU-Performance ein gutes Stück stärker ist als beim Galaxy Tab S6 Lite von 2020. Aber ganz interessant zu sehen ist, dass die Compute-Leistung, also die Grafikleistung, ein bisschen schwächer ist als von 2020. Wir haben ja einfach einen komplett anderen Chip. Interessant ist auch, dass es ein bisschen schwächer als das Galaxy Tab S7 FE ist. Das ist ein anderes Mittelklasse-Tablet von Samsung. Das auch aktuell ist, ist ein bisschen schwächer, aber auch nicht so viel schwächer, obwohl das S7 FE ein bisschen teurer ist. Ihr seht aber auch, dass das Apple iPad 9, das genauso viel kostet wie das Galaxy Tab S6 Lite, ein deutliches, deutliches, deutliches Stück Leistungsstärker ist. Die Prozessorleistung von Apple ist einfach fast unschlagbar. Ich habe bereits PUBG Mobile ausprobiert und hier, das seht ihr ja, ihr könnt das Spiel wirklich problemlos spielen. Es läuft sehr flüssig, sieht auch ganz schick aus. Die Grafik kann man hier auf HD setzen, nicht aber auf HDR. Zum Vergleich auf dem iPad 9 könnt ihr die Grafik bei PUBG Mobile auf Ultra HD setzen. Das schaut natürlich ein bisschen besser aus, also deutlich besser aus. Aber auch auf dem S6 Lite hier ist es schön spielbar. Man würde auf dem Tablet hier die meisten Spiele spielen können, aber die Grafik könnt ihr eben oft nicht aufs Allerhöchste setzen, sondern so mit mittlerer Grafik könnt ihr die meisten Spiele hier ganz ordentlich spielen. Der zweite Unterschied im Vergleich zum Vorgänger neben dem neuen Qualcomm Snapdragon 720G Prozessor ist die Software. Auf dem Galaxy Tab S6 Lite von 2022 läuft nämlich Android 12. Da drauf sitzt natürlich die eigene Oberfläche von Samsung. Auf dem Galaxy Tab S6 Lite von 2020 läuft derzeit Android 11. Es hat bereits Updates bekommen und ich denke, es wird auch noch Android 12 bekommen. Langfristig gesehen ist aber natürlich die 2022 Edition länger aktuell, denn normalerweise verteilt Samsung mindestens drei große Versionsupdates. Es dürfte hier also bis Android 15 in etwa gehen. Da bin ich mir relativ sicher, Samsung ist in dem Punkt wirklich besser als die meisten Android-Hersteller. Also langfristig gesehen wird die Software auf dem 2022er S6 Lite länger aktuell bleiben. Abgesehen davon ist die Software aber sehr, sehr ähnlich, auch wenn wir auf dem alten noch Android 11 haben. Im Vergleich zur Originalsoftware vom 2020er Modell haben wir jetzt Samsung DeX. Der Vorgänger hat das per Update bekommen. Hier haben wir es jetzt auf Werk und Samsung DeX ist der Desktop-Modus, der Android in eine Art Desktop-Betriebssystem verwandelt. Dort habt ihr dann, wie bei einem Desktop-Betriebssystem, einzelne Fenster, in denen ihr die Apps öffnet. Die könnt ihr hin und her schieben. Ihr könnt es einfacher mit Maus und Tastatur benutzen. Man kann hier jetzt nicht so einfach einen externen Monitor anschließen, da wir ja nur USB-C 2.0 haben. Aber ihr könnt euch eine Tastatur dazu holen und eine Maus und dann könnt ihr damit so arbeiten oder zumindest so ähnlich wie mit einem Laptop. Das zweite Feature habe ich schon gezeigt. Das ist das S-Pen-zu-Text-Feature, das es beim Vorgänger auch noch nicht gab. Und sonst ist es hier quasi normales Android 12 mit der Oberfläche von Samsung. Es gibt eben Samsung DeX, sehr viele Apps von Samsung, die vorinstalliert sind, sowie natürlich die Apps von Google und wirklich sehr viele Features für den S-Pen. Bei den Samsung Tablets lohnt es sich immer, einmal in die Einstellungen zu gehen und wirklich einmal alles durchzuschauen, denn es gibt wirklich sehr viele Features, die ihr ein- und ausschalten könnt und vielleicht ist hier etwas wirklich Spannendes für euch dabei. Ich habe bereits Videos zu den Software-Features von Samsung Online. Wenn ihr euch mehr dazu anschauen wollt, könnt ihr das also hier auf dem Kanal tun. Gut, das war es erstmal mit dem Unboxing vom Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022. Ich muss das Tablet jetzt erstmal richtig testen und ich freue mich darauf, denn das 2020er Modell hatte mir damals wirklich sehr gut gefallen. Allzu groß sind Unterschiede jetzt natürlich nicht, aber ich denke, mein erster Eindruck ist zumindest, dass es ein solides Upgrade ist. Wenn ihr die alte Version habt, denke ich, lohnt es sich nicht, zur neuen Version zu greifen, denn dafür sind die Unterschiede wirklich zu gering. Aber wenn ihr ein Mittelklasse-Tablet mit S-Pen sucht und mit Android, dann scheint das S6 Lite von 2022 auf jeden Fall eine deutlich bessere Wahl zu sein als die Version von 2020, denn wir bekommen ja länger Updates, ein paar Jahre länger Updates. Also ich werde es jetzt erstmal richtig testen müssen und mit dem iPad vergleichen, mit dem Vorgänger nochmal genau, mit dem Galaxy Tab A8 und dann melde ich mich mit einem finalen Test zurück. Gut, das war meine Unboxing-Formel Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Andrzej für Tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.